Boah, weiter! Heyo, Leute! Das ist das Review zum... zur VLM Chris... äh, zur Chris VLM. Die Chris VLM ist mit dem Halloween-Patch zum... Scheiß, ich hab das Datum vergessen. Egal. Rausgekommen, und man kann es leider nur mit den ZB-Crates gewinnen. Was ich selbst sehr schade finde, da man mit den GP-Crates ja mehr Chancen hätte. Oder gewinnen, kaufen wir nicht besser. Die Chris VLM ist hinzu noch verchromt, was ich ja persönlich auch richtig Hammer finde. Da sie sehr geil aussieht. Brutal richtig... Zu dem Nigger würde das geil passen. Die Chris VLM, sie hat 40 Primärschuss. Und 120 Sekundär. Weil es sicherheitshalber so am Rande. Die Chris hat eine unglaublich schnelle Switchzeit, nämlich eine Sekunde. Muss ja schon was heißen. Die Nachleidezeit beträgt ca. 2,5 Sekunden. Und jetzt kommt das geilste Damage! Sie macht 87 bis 100 Damage auf Kopf. Na okay, das ist nichts Besonderes, das ist jeder so. 28 auf Körper, 16 auf Bein. Und durch Kiste... 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 8... 8... HP. Und 31 auf Kopf durch Kiste. Sie ist außerdem noch eine sehr leichte SMG. Wodurch hier sehr schnell durch die Map gehen können. So...